guten morgen an diesem ersten tag des neuen jahres 2021 grüße ich euch mit dem wochenspruch aus hebräer 13 vers 8 jesus christus derselbe gestern heute und in ewigkeit ja dieser jesus christus war im vergangenen jahr mit uns ein schwieriges jahr und wir vertrauen dass in dem neuen jahr er mit uns geht wir wissen nicht was auf uns zukommt aber er hat verheißen dass er da ist ich begrüße euch zu diesem gottesdienst wir werden in diesem gottesdienst die gelegenheit haben an manchen stellen mit zu singen die leser der johannesgemeinde haben das vorspiel gemacht und wir werden dann auch gleich ein lied aus somalien hören joy to the world das altbekannte lied es ist noch immer teil des lutherischen weltbund projektes adventslieder und weihnachtslieder aus aller welt zu sammeln daran merken wir dass wir teil sind der weltweiten kirche jesu christi dann werden wir auch mit singen können lobt gott ihr christin alle gleich und nach der predigt das bekannte lied wohl denen die da wandeln vor gott in heiligkeit als nachspiel hören wir dann wieder und können den deutschen text oder den englischen text oder sogar den afrikanzen text mit singen von dem lied may the feet of god walk with you das gebet das gottes segen gottes füße mit uns gehen in dieses neue jahr ich wünsche uns allen einen gesegneten gottesdienst